Musik Hey Leute, wir spielen heute VIP-Lager auf Brickforce mit unserem Zoom-Faker, der leider keinen Skype hat. Wir werden heute mal die Mationsflinte testen und dann machen wir jetzt Start. Wir werden nur, ähm, praktisch austesten, wie viel Schaden die macht. So, dann habe ich den Stimm auch gleich mal. Ich heiße übrigens Rolf Schmidt, falls ihr das noch nicht wisst. Haha, da macht er mich ja fertig. Wie viel Schaden die Mammert? Weil ich will hier ein Waffen-Review machen. Puh, zwei Schuss, alter! Testen, Ausrufezeichen! Komische Zeichen. Nein, es sind Gradanzahlen. So, mal schauen, wie viel Leben wir da noch haben. Ey, du Arsch! Sorry. Du Arsch! Nein, ja. Ja. Ihr wollt noch testen, oder? Wie viel hat er noch? Wie viel hat er noch? Ohne Nades. 5 Rissi und 40 HP. Okay, also nach einem Mationsflindelschuss hat er noch 5 Rissi und 40 HP. Respekt! Oh! Oh! Jesus! Oh! Also Leute, das war's. Eine kleine lustige Runde mit Brick Force. Ich fiel übrigens 7 zu 5. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Like und Abo. Bis bald! Ciao! Ciao!